Ja Leute, was geht ab? Heute machen wir von Glänzendes Schicksal eine Mini-Tinbox auf. Dann machen wir Shiny V-Star ein Booster auf. Aus Hongkong Verborgenes Schicksal ein Booster. Und zweimal von Verborgenes Schicksal aus Frankreich. Die zwei Booster. Wir fangen an mit Glänzendes Schicksal. Hier wieder so ein Chip. Von Celebi. Große steht da und Gewicht steht da auch. Hier sind die zwei Booster. Wir machen mit Glurak, fangen wir an. Jetzt haben wir leider nichts. Jetzt machen wir hier mit dem Booster weiter. Bauts. Jetzt haben wir auch leider nichts. Jetzt machen wir weiter mit Shiny V-Star. Eine Hohlo. Eine Hohlo. Und eine V-Star. Und eine V-Star. Jetzt machen wir mit Verborgenes Schicksal aus Hongkong. Und dann kommen wir weiter. Dann kommen weiter. Eine Hohlo. Jetzt machen wir mit der Borgene Schicksal aus Frankreich weiter, mit dem Juh vorne drauf. Die Booster ging immer schwer, finde ich auch. Dann machen wir mit Clurek das Booster erstmal auf. Das ging leichter auf. Einige X Clurek! Einige X Clurek! Jetzt machen wir das Booster mit Mew auf. Oh, jetzt ging es! Kabaldor! Pikachu! Voltoball! Eine kleine Shiny! Eine kleine Shiny! Und Evolien Holo! Pokéball! 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 Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.